moin moin leute willkommen zu einer weiteren runde maincraft mein echtes zockerzimmer ja ihr seht habe ich davor habe ich die fenster so fans der ja jetzt würde ich mal sagen gucken wir was hier ich komme nicht drauf wie heißt denn jetzt sehen wir gleich mal gucken ob er uns sieht oder bemerkt wir verstecken uns mal ein bisschen würde ich mal sagen fällt nicht auf mal einen kleinen spaß machen er guckt sich hier gerade alles an da sieht er ja mein mein traum tockerzimmer baue ich jetzt so gesagt da kommt noch einiges hin da sieht er ja gucken wir noch einmal so grob weiter mal und gucken ob er uns mitkriegt wir ärgern mal ein bisschen aber ich glaube er kriegt uns einfach nicht mit glaub ich nicht guck mal wir bauen jetzt einfach mal hier was denn da kommen auch kein großes drama draus fliegen gleich mal hin da guck mal er ist so beschäftigt und rechnet sein fernsehschrank was er da bauen will berechnet er ja das ist auch wirklich alles passt wir können mal hinfliegen und gucken was er da so treibt aber nichts zu tun ihr baut zwiggel 62 und die socke ja das ist seine account deswegen hat er zwei in einer dran mal er peilt das gar nicht richtig hier doch jetzt heißt er zieht er uns ja schreibe mal dass er eine aufnahme bis in der aufnahme bis in der aufnahme ein grinses mal hinterher die lüte rosa wo stecken ja schon wieder kommen immer wieder ab die coole socke so mal gucken kommt er zu uns er kommt ja zu uns erstmal hier so zack komm mal her so jetzt guckt er aber guck mal was er schreit steht nix schon noch bis in der aufnahme einfach nochmal schreiben in der aufnahme schade nicht auf den schildern immer mehr passt dass du irgendwie immer nur drei wörter schreiben kannst dann musst du immer eine zeile runter gehen bisschen nervig das hätten wir so machen können dass man automatisch irgendwie da runter geht dass es automatisch dann runter geht ne bisschen aufnahme so hauen wir nochmal hier komm taki merkt er das nicht doch jetzt war kurz afk aber du so mal gucken was er antwortet ne bist in der aufnahme ich ja du bist in der aufnahme du coole socke die coole socke ich sage manche leute haben echt eigentlich recht geile zockernamen aber da gibt es ja auch leute ist mir schon mal aufgefallen da manche leute echt was für zockernamen unnormal total komisch und die coole socke hier finde ich geil oder zwickel 62 oder wenkel sowieso oder diema und max der player geht auch noch aber ich habe schon mal welche gesehen da stand einfach ja pimmel drin und alles total bescheuert manche leute echt aber jetzt warten wir erstmal gucken auf seine reaktion ne wer schreibt der bleibt ne leute würde ich mal sagen guck mal das ist ja eine spannende folge diesmal wir schreiben hier einfach nur und ich nehme es einfach auf aber egal haben wir auch mal sowas zu tun ne einfach mal schreiben und ein bisschen beobachten schreibt denn ich habe keinen kanal nur videos für freunde äh ich meine dass ich aufnehmen hab doch geschrieben du bist in der aufnahme dann muss ja wohl wissen dass ich aufnehmen gerade ich nehme auf so das denn schicke na haut er schon wieder ab oder was ne da unten ist er kann man können zu fliegen holen und zu uns schon wieder afk ne peilt er das nicht hä coole socke was ist los mit dir coole socke mach doch mal was afk jetzt gehirnzellen beobachten wenn sie wieder weg jetzt dreht er sich hä egal wer das schon gesehen haben so jetzt guck mal jetzt guckt man Leute guckt euch das an hier so alles rum fliegt doch es ist herrlich überall ist überall ist das ist viel aber wenn man so die blöcke sieht oder gemein wie viel gebaut ist und ach die stunden ach hör mal auf du da gucken wir noch mal ein bisschen rum hier vielleicht fällt ihnen von euch eng jemand noch was auf was ihr noch nicht gesehen habt kann das sein die küche dies und das hier ist einiges zu tun aber man ziehen wir noch mal ein zwei reihen glas um damit das nicht so eine langweilige folge war damit ich auch ein bisschen was gemacht habe in der folge das ist ja echt wenig essen und jetzt fange direkt an pop essen zweiten dritten vierten 500 1000 ehrlich so dann würde ich sagen machen wir auch gleich mal wieder ein folgenpauschen so 2 minuten oder so gucken jetzt ziehen wir erstmal noch mal ein paar reihen hier durch so 3-4 reihen damit ihr seht dass ich auch wirklich mal was mache und einfach nicht nur rumfliege hier ne wie gerade eben einfach nur rumfliegen nix machen will ja auch ein bisschen weiter kommen wenn ich schon mal auf einmal wieder bin dann ja muss man ein bisschen weitermachen ne das projekt soll ja auch irgendwann mal enden und alles da ist ja echt schon viel gebaut und das ist auch nicht mehr viel aber das kostet glaube ich noch ordentlich Zeit die sachen die ich mir jetzt noch so vorstelle dann verrate ich aber nix das könnt ihr ja sehen wenn ihr bei mir auf der map seid und ich am bauen bin kriegt ihr das bestimmt alle mit und ja so so noch eine reihe machen wir noch eine komm eine geht noch ne einer geht noch einer geht noch rein einer geht noch einer geht noch rein einer geht noch rein mit jetzt rauf rein jetzt werde ich schon was ist da los herrlich du kann man nur beklopft werden ne egal bisschen unterhaltung hier du würde ich mal sagen und machen wir noch eine reihe komm weil es zu schön ist noch eine reihe leute ja komm macht echt spaß ne zuzusehen so so dann haben wir die aber bestimmt auch gleich durch aber es dauert noch ein bisschen Leute guck mal ihr könnt ja mal schätzen wie viele blöcke in einer reihe sind da bestimmt war 300 oder 100 200 bestimmt mehr oder nicht bestimmt ordentlich bestimmt 300 blöcke genug ah komm noch so dann haben wir die auch gleich fertig ja haben wir auch gleich fertig ja ja so Leute die haben wir jetzt auch das reicht glaube ich auch erstmal das sind ja echt viele blöcke schon mal einen tick weiter wieder ne oh guck mal was hat er denn ne oh guck mal er kommt auch voran mit seinem Schrank das ist doch nice ja die ganzen Schilder die Handtücher hier überall was du ja Leute dann verabschiede ich mich mal von diesem Schrank hier aus in diesem Schrank und wir sehen uns im nächsten Part von meinem Zockerzimmer bis bis zum nächsten Mal guck mal und n im bei bei in Vielen Dank.